Ich glaube, Sie haben keine Ahnung. Dann habe ich ihn angeschaut, dann habe ich gesagt, okay. Und sie hat sich erschrocken geschaut, das hat mir nicht mehr angedrungen. Aber dann, dann sagt er, der war ganz ernst, ich glaube, Sie haben keine Ahnung. Bis Sie mit ihm gearbeitet haben, ständig klingelte das Telefon zu Hause. Es gab kein anderes Thema, als welche Stühle sind wo wieder geflogen. Irgendwelche Lehrer, irgendwelchen Stress. Ich habe kein vernünftiges Verhältnis mehr zu meinem Sofa gehabt. Ich habe kein vernünftiges Verhältnis mehr zu meiner Frau gehabt. Ich habe teilweise schon um Überstunden gebettelt, nur damit ich nicht nach Hause muss, weil es einfach nicht zu ertragen war über so einen langen Zeitraum schon. Und jetzt hört das auf einmal auf. Kein Telefon, Gespräche am Abendbrotisch, miteinander. Ich habe wieder eine Connection zu meinem Sohn. Ich habe eine liebevollere Verbindung zu meiner Frau. Und sie guckte und sagte, ich glaube, Sie haben keine Ahnung, was da passiert ist, wenn Sie von Ihrer Methode da erzählen. Das hat alles verändert. Das hat alles verändert. Genau. Ja. Datkbar. Die elevast … Alles ist hier. Und dann gibt es noch einen夫. Cheers. Nein.